. Hauptkommissar Bienzle? Was? Ich mach dir einen Tee. Sagen Sie, was läuft hier eigentlich? Oh, Gächter. Natürlich haben wir was Wichtiges übersehen. Sonst hätten wir den Täter doch. Doch. Herr Bienzle. Ich nehm mal an, recherchieren statt rasieren. Haben Sie sich nicht angeschissen oder so? Wenn die Ärmelung soweit ist, wie du warst, da verfahre ich noch 5 Hektoliter Sprit. So. Herr Tschiga ist ja gut in Form. So, danke, Tiga. No, ich bleib hier. Ich weiche hier nicht von der Stelle. Doch, Frau Eber. Kommen Sie mit mir. Langsam. Langsam habe ich gesagt. Verdammt nochmal. Ja, Bienzle. Was? Ernst? Marc. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Fünf Knoblauchknoller. Kollegen, abhören. Geh jetzt bitte. Waffe weg, Riebeschlag. Oder ist es? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie ist es mit was? Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Hein? Oder ist es denn? Ja?